Die vier besten Produkte für die Mikrowellenregalaufbewahrung Ich habe kürzlich das Amazon Basics Lagerregal gekauft und ich bin wirklich beeindruckt von der Qualität des Produkts. Es hat drei verstellbare Regalböden und kann bis zu 340 kg tragen, was es perfekt für meine Lagerbedürfnisse macht. Die verstellbaren Nivellierfüße ermöglichen es mir auch, das Regal auf unebenem Boden geradeaus zu richten. Das Schwarz des Regals passt perfekt zu meinem Lagerbereich und es war einfach zu montieren. Im Allgemeinen bin ich sehr zufrieden mit meinem Kauf und würde das Amazon Basics Lagerregal jedem empfehlen, der auf der Suche nach einem langlebigen und praktischen Lagerregal ist. Ich habe das Dienkela ausziehbare Mikrowellenregal für meine kleine Küche gekauft und bin sehr zufrieden damit. Es hat eine Ebene, auf der meine Mikrowelle genau passt und drei Haken, an denen ich meine Töpfe und Pfannen aufhängen kann. Es ist aus Kohlenstoffstahl gefertigt, was es sehr stabil macht. Es lässt sich auch ausziehen, um den Platz zu maximieren. Es spart mir viel Platz auf meinem Küchentisch und ich kann es jedem empfehlen, der eine kleine Küche hat und mehr Platz braucht. Ich bin absolut begeistert von dem Al Oswell Küchenregal. Es hat mich wirklich beeindruckt, wie viel Platz ich mit ihm in meiner Küche gewonnen habe. Die vierstöckigen Regale und die zusätzlichen sechs Esshaken haben mir geholfen, meine Töpfe, Pfannen und Gewürze auf eine organisierte und effiziente Weise zu verstauen. Das Industriedesign und die Vintage-Braun-Farbe verschönern meine Küche und macht sie sehr charmant. Ich kann dieses Regal jedem empfehlen, der eine Organisation und Eleganz in seiner Küche sucht. Ich bin sehr zufrieden mit meinem neuen Nettle Mikrowellenständer. Das erweiterbare Regal passt perfekt auf meine Arbeitsplatte und bietet viel Platz für meine Küchengeräte. Die schwarze Farbe passt hervorragend zu meiner Einrichtung. Das Beste daran sind die acht Haken, die ich verwenden kann, um Töpfe, Pfannen und andere Utensilien aufzuhängen. Das Regal ist sehr stabil und die Konstruktion ist einfach zu verstehen. Ich bin froh, dass ich diesen Kauf getätigt habe und würde ihn jedem empfehlen, der auf der Suche nach einem robusten und praktischen Küchenregal ist. Denken Sie daran, dass es weitere Informationen und Produktlinks in der Videobeschreibung gibt. Wir sehen uns im nächsten Video.